Herzlich Willkommen wieder zum Experimentieren bei den Science Days für zu Hause. Ihr wisst, man kann diese Filme, also andere Filme auch und weitere Experimentieranleitungen auf unserer Webseite anschauen und das ist diese Adresse www.science-days.de. Ich heiße Joachim Lerch und bin vom Förderverein Science und Technologie. Wir machen die Science Days im Europapark und viele andere Projekte und vielleicht sind wir uns da schon mal begegnen. Heute habe ich ein Experiment, das gehört wieder so in die Richtung Detektivexperiment. Und zwar habe ich wieder eine Kerze. Hier auch nochmal der ganz wichtige Hinweis, dass ich euch darum bitte, dass ihr dieses Experiment mit der offenen Flamme nicht allein durchführt, sondern dass ihr gemeinsam mit euren Eltern da dran geht. Wir wollen zwar, dass ihr dann mit lernt umzugehen mit offenem Feuer, aber dass ihr trotzdem hier keine Gefahren eingeht zu Hause. Was ich sonst noch auf dem Tisch stehen habe, ist hier Salz, ganz normales Kochsalz und ein Glas Wasser. Ich habe das Wasser etwas, also angewärmtes Wasser hier aus dem Wasserhahn geholt. Wenn es zu kalt ist, dann wird das Experiment etwas länger dauern. So, was ich jetzt mache, ist, ich mache einfach Salzwasser. Ich mische einfach hier oder ich lasse Salz jetzt hier hinein streuen und werde mit einem Löffel das Salz rühren. Und dann seht ihr, dass ein Teil des Salzes natürlich sich auflöst. Wenn man nicht ganz so viel Salz reinmacht, dann sieht man hinterher überhaupt keinen Bodensatz. So, das setzt sich jetzt gleich ab. Aber hier unten seht ihr jetzt, ist ein bisschen was übrig. Das heißt nicht alles, das ganze Salz kann hier aufgelöst werden, sondern nur ein Teil. So, jetzt ist es so, jetzt kommt die Kriminalgeschichte. Ja, stellt euch mal vor, da ist jemand, der hat einem anderen Menschen etwas ins Getränk gemischt, um ihn zu betäuben zum Beispiel. Und die Polizei kommt jetzt, will das feststellen. Und was macht sie? Sie nimmt eine Probe von diesem Getränk. Das mache ich jetzt auch mit dem Löffel etwas. Wasser hier mit dem Salz, das ist jetzt salziges Wasser, nehmen. Es muss nicht ganz voll sein. Und ich halte jetzt hier dieses Wasser über der Flamme. Und zwar nicht in die Flamme rein, sondern direkt darüber. Wenn ich jetzt natürlich in die Richtung spreche, dann erzeuge ich so ein bisschen eine Strömung und dann kann man nicht mehr so gut die Flamme unter Kontrolle halten. So, das dauert jetzt natürlich eine ganze Weile. Und wir kürzen das ab, unterbrechen kurz und dann geht es weiter. So, das Experiment ist fertig. Ihr habt etwa eine bis zwei Minuten gebraucht. Dann hat das Wasser anfangen zu siegen, hat zu kochen begonnen. Und was aber dann hinterher übrig geblieben ist, das kann ich euch hier mal zeigen. Wenn ihr mal ein bisschen näher kommt, dann seht ihr, dass in dem Löffel jetzt eine weiße Substanz übrig geblieben ist. Teilweise hat es richtig kleine Klümpchen gegeben. Und ich denke mal, ihr könnt euch schon vorstellen, was das für eine Substanz ist. Genauso würde die Kriminalpolizei jetzt zum Beispiel dieses Material untersuchen, würde jetzt hier eine Probe nehmen. Und in unserem Fall ist es klar, da käme jetzt Salz heraus, weil wir ja hier Salz reingestreut haben und kein anderes Material. Und so seht ihr, dass man jetzt mit dieser Methode, durch das Sieden des Wassers, jetzt ein gelöstes Material, ein Stoff, der im Wasser gelöst ist, dann wieder herausbekommen kann. Mit Zucker würde ich es nicht machen, weil Zucker fängt dann an, schwarz zu werden und zu verbrennen. Und das riecht nicht gut und man kriegt es auch schlecht wieder vom Löffel weg. So, probiert es einfach aus, geht ganz easy. Tschüss.